Sie haben ja in Berlin die Wahlen gewonnen und da... Naja, also gewonnen. Ich lasse mir von Ihnen den Wahlerfolg nicht kleinreden. Gesiegt, wir haben gesiegt. Naja, also trotzdem wurde Ihre Regierung abgestraft. Der Koalitionspartner PTS hat 10% ja Minus gehabt. Das müssen Sie anders rechnen. Denn die SPD hat 2001 29,7% gehabt, da haben Sie recht, aber bei einer Wahlbeteiligung von 70%. Das ist etwa ein Drittel. Jetzt haben wir eine Wahlbeteiligung von 60% gehabt, aber für die SPD 31,4%. Und 31,4% ist ja wohl eindeutig mehr wie die Hälfte von 60%. Und die Hälfte von etwas ist fast das Doppelte von einem Drittel von etwas. Und ich denke, das ist jedem klar. Was? Die Rechnung ist ja völlig vollzogen. Da rechnen wir den ganzen Haushalt, sonst hätten wir ja nur Schulden. Die haben sie ja auch. Ja, auf dem Papier. Wir leben aber in Saus und Braus, weil wir im realen Leben besser rechnen können. Prost! Herr Woberei, Sie haben durch Nichtwähler 57.860 Stimmen weniger als vorher. Ich meine, das ist doch eine ganze Menge. Wenn das dann unterm Strich von den wählenden Wählern 1,7% plus ergibt, dann kann ich nur sagen, dann bedauere ich, dass wir nicht Hunderttausende von Nichtwählern hatten, dann wäre ich nämlich jetzt Bundeskanzler. Lise-Anbieter!